Ja, wie macht man auf ARS aufmerksam? ARS ist eine Scheißkrankheit. Da sollte man wirklich dahinter sein. Und deswegen, weil es so eine Scheißkrankheit ist, eine degenerative Krankheit, kann jeden treffen, mach ich das jetzt. Ich hasse scharf, muss ich dazu sagen. Ich hasse es wie die Sau. Ich werde auch zuerst nominieren und dann diese Chilli-Schote essen, weil danach kann ich nicht mehr. Das weiß ich, ich bin eine Memme. Also, ich nominiere meine Frau Katrin Schaubäcker, Ramona Köpf und wen nominiere ich noch? Unser Wähler-Zähler als Echler, Unser Wähler. Nein, du bist nicht volljährig, verdammt. Wen haben wir noch? Der Orlando. Der Orlando, den nominiere ich auch. Maxi. Na, Maxi, der kann nichts dafür. So, und jetzt hau ich Memme dieses Ding mir rein. Wuhuuu, ein bisschen weiter, oder? Mh, lecker! Oh, scheiße, ist das scharf. Nix, da stehe ich durch. Okay. Danke. Falls du deine Meinung änderst, es liegt hier. Ja, ich ändere gerade meine Meinung, also. Okay, die Dinger sind wirklich scharf. Weißbrot, gute Sache. Und ich denke jetzt, gehe ich besser. Nein, du hast, was du? Wo ist das?